Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Der Barstel C steht an. Wir prügeln uns hier ein bisschen weiter durch, weiterhin mit dem God-Modus. Einfach, dass ich nicht so viel neu machen muss. Ich glaube, wir gehen aber erstmal den Weg entlang, den wir das letzte Mal gegangen sind. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, wenn hier irgendwas zu finden wäre, wird es mir wahrscheinlich angezeigt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier dann der Endkampf stattfindet. Gegen Jason und was weiß ich sonst noch alles. Okay, dann würde ich gerne mal Waffenkisten finden. Mit der Waffe bin ich nicht zufrieden. Was haben wir denn hier oben Schönes? Nicht. Was ist das? Na, aber irgendeine... Ah, ich. Cheapies. Okay. Wir haben es auf. Okay. Alles klar. Ja, wir haben einen Tagebuchseiten. Gibt es noch zu sammeln. Aber ich glaube, das lassen wir einfach alles mal. Oder wie gesagt, ich nehme halt mit, was ich finde. Gut ist. Der Krieger. Und du mich auch. Hey, Moment mal, das sind meine eigenen Leute. Wieso sind die hinter mir her? Weil ich es ihnen befohlen habe. Du hast uns verlassen. Uns bekämpft. Und jetzt wollen sie dich tot sehen. Also jeder, der mich tot sehen will, den will ich verfickt nochmal auch tot sehen. Also fick dich. Genau. So, die Herren. Das war's dann auch mal mit euch. Als könnte man hier runterrutschen. Ist den Kisten eigentlich irgendwas außer Munition und Geld? Vulkan-Underschlupf. Guck mal. Schau mal, was wir hier... Ah, hier haben wir, glaube ich, eine Waffenkiste. Kann das sein? Siehst du dieses Haus wahr? Das ist ein Ort zum Wachsen. Zum Reflektieren. Geh dich an deiner Stimme. Geh dir da rein. Gut. So, warte mal. Wir müssen erst mal Jason erledigen. Mit der Waffe halt echt nicht so praktisch. Versteckst du dich? Oh, das war irgendwie erlösend. Hmhm. Ja, verbrenn mal. Das war's mit dem Mund. So, dann gucken wir mal. Was gibt's von dir? Haufen... Also einfach nur ein Haufen Geld. Also nicht mal ein Haufen. Ein bisschen was an Geld. Ah, den Greifwagen musst du wahrscheinlich auch freischalten dann. Ich verstehe. Abgeschlossen. Siege alle Gegner, um den Unterschlupf zu sichern. Ach, sind ja jetzt noch Gegner da. Also ich höre es irgendwo noch bellen. Alles klar. Du öffnest dich jetzt? Aha. Okay, und da können wir dann... Ja. Ähm. Aber wir kriegen hier keine neue Waffe, ne? Ja, komm, dann verbessern wir mal. Bringt ja, glaub ich, nix. Ähm... Sonst hab ich, glaub ich, nicht genug Geld, um noch irgendwas mitzunehmen. Gut, weiter geht's. Schauen wir uns weiter um. Hier, genau. Geht um nix, jo. Ah, ja. Na, ich sparte sich noch ein bisschen. Muss ich zugeben. Ich hab halt auch keinen Questmarker und nix. Na guck mal, das ist doch schon wesentlich angenehmer so. Was ist das? Ich glaub, mein toter Freund hat das fallen lassen. Oh! Ah, du hast auch so ein Herz hier. Da. Magst du mehr Ausdauer? Ähm. Ah, okay. Hier kann ich das jetzt freischalten. Okay. Dann ist ja gut, dass ich das Geld nicht ausgegeben hab. Die gehen verloren, wenn du stirbst. Mhm. Ganz klar. Ähm, kartenmäßig. Erkundungsbande. Mhm. Nee, Erinnerungsbande. Mal schauen. Ist das eventuell schon ein Teil? Ich weiß ja nicht. Der ist es, genau. Okay, ich glaub, sonst ist nix interessantes hier, auf den ersten Blick. Wahrscheinlich können wir die Munitionskapazität noch irgendwann erholen. Äh, erholen, erhöhen. Erholen könnte sie sich auch mal. Die ist viel zu niedrig. Okay. Neugierige Katzen verbrennen sich die Tanzen. Ah. Du bist einfach jetzt nur ein Schnellreisepunkt. Oder wie? Jupp. Aber halt wo ganz anders hin. Hey, das ist ungewöhnlich. Hey, Mann, was hab ich genommen? Du bist tot, Kollege. Das hast du genommen. Hm. Okay, sieht aber interessant aus. Was gibt's hier Schönes? Nächsten Kisten. Ah. So, da brauchen wir jetzt 500. Hm. Nehmen wir das mal kurz. Ach, und der andere wurde jetzt verkauft. Okay. Ich verstehe. Das heißt, ich kann dir sich nicht abspeichern, sondern muss halt on the fly wechseln. Gut, da hinten war ein Gegner. Hier brennt auch noch irgendwas. Ich laufe mal den nächstbesten Punkt hier hinterher. Hab mal, da war auch noch eine Kiste. Die hier unten. Scheiße, was ist das? Hm, die Gnagern verämpfte. Nö. Schatzkoblins. Wie schön. Na, kommt. Der Millimeter, der halt nicht passt. Ja, gut, für die Kohle. Hm, lohnt sich's auch nicht so wirklich. Ah, ich hätte jetzt aber genug Platz, um, äh, hier noch einen neuen Dings freizuschalten. Puh, äh, genug Geld, meine ich. Gut, Dschungel oder Schlupf? Der nächste. Auch wieder mit Jason? Ah, dann machen wir Tiger. Oder Puma oder so. Da ist ja keine Farbe, kann man das nicht so gut sehen. Zumindest keine Streifen, wahrscheinlich sind dann doch eher weniger Tiger. Hm, sehr schön. Dann haben wir da hinten noch ein bisschen was. Ach, du hast aber immer andere Waffen, okay. Das fühlt sich wirklich jedes Mal gut an. Was auch immer das ist? Gut, wo haben wir, ich glaub, wir haben überall welche, ne? Ja. Alles klar. Die Herren. Das ist der Weg der Rakian! Das kannst du gerne machen. Oh, das zählt schon, okay. Noch einige mehr da unten. Was hast du in deinem Arsenal? Was hast du, um deine Stärke zu beweisen? Okay, und wenn ich hier... Ja, Missionsverschritte werden, wir gehen halt verloren. Das heißt, ich muss das hier richtig wirklich in einer Runde durchspielen. Nee. Kohlen nach dem Tod brauchen wir nicht. Da haben wir nicht genug Geld für. Und länger, um dich zu entdecken, ähm... Gehen wir das vielleicht mal durch. Wenn wir mehr Waffen haben, dann... Hm, jetzt reicht's wieder grad nicht. Um ein folteriges Inventar zu bergen. Hm. Ja, wahrscheinlich können wir da noch einen Schalldämpfer draufsetzen oder so. Wenn wir das nochmal verbessern. Mal schauen. So viel ist ja nicht. Wir legen vielleicht grad mal kurz einen. Dann müssen wir mal runter, um dieses Geld einzusammeln. Okay. Ja, wir haben halt auch noch nichts. Man dankt. Ah. Äh, Zielübung. Der Schaden von Waffen mit Visieren erhöht sich. Okay. Ja. Oder wir nehmen halt das Geld dafür. Äh, noch eine. Ich hab was... Ja. Hallo. Bleib. So ist das fein. Gibt's ja hier irgendwas Schönes. Hier hat man auf jeden Fall Gegner. Nee, sieht aber tatsächlich nicht so aus. Ach nee, aber hier ist irgendwo... War das hier? Irgendwo ist das wieder so ein Kopf. Klingt so, als wäre das hier. Ach, da oben. Okay. Äh, ich glaub drauf schießen reicht auch, ne? Ja. Hey, mein Kleiner! Wie bei Resident Evil. So, da hätten wir noch eine Kiste. Ein Hoch auf den erhöhten Schaden. Äh, das sieht interessant aus. Erstmal die Kiste mitnehmen und dann gehen wir da hoch. Danke fürs Geld. Hm. Oh ja. So ist das brav. Oh, lecker. Hm, darf ein bisschen... Ja, gut. Können wir grad nicht... Oh, wohl reicht schon wieder fast. Nicht einsetzen, eine Hügelruhe. Okay. Schick, schick, da holen wir uns die mal. Vielleicht die nächste Herausforderung. Du hast so viele geküttet. Waffe-Stringer-Verausforderung. Ah, ja, genau. Sowas wollte ich ja. Hm. Hm. Ich suchst du eine Herausforderung. Willst du stärker werden? Mehr Macht erlangen? Wenn mich das hier rausbringt? Klar. Dann tritt vor den Altar. Stell dich denjenigen, den du Unrecht getan hast. Ja, Schotflinte. Warum nicht? Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln? Da wird noch eine Kiste... Genau, die hol ich mir grad noch. Machen wir das nämlich in der nächsten Folge. Mit Blick auf die Uhr ist das, glaub ich, etwas sinnvoller. Danke. Einige Gegner, ja gut. Sollen wir grad mal gestohlen bleiben. Das passt. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Tschau. 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 Vielen Dank.